So, schauen wir mal. Also ich weiß jetzt wie du dich fühlst mit dem Sauerstoff. Wieso? Äh... Äh, Centus? Hör euch, süß. Müssen wir da nicht hin? War da nie was? Oh, Arschloch. Winnie, guck du Arsch. Ich werde es mal aufladen wieder. Oh, nein! Du Mollmann schafft's, oder? Ja, klar schafft man das. Ja, locker. Ein Flash. Ich glaube, ich habe das nicht. Ja, das sieht von oben immer ein bisschen blöd aus. Ah, hier ist eine Station. Hier kannst du dich auflahmen, mein Freund. Warte, schau mal. Ach, guck mal dahinten. Was? Dahinten sind nette Menschen. Wedi! Oben sind, äh, all level 9. Ah, kümmert sich mein... Kleiner, süßer, gekleppt, höp drum. Hm? Vorsicht, nicht dran mich! Was willst du denn von mir, du Arsch? Was willst du denn von mir? Schläge oder was? Äh, einen neuen Punkt. Habe ich gerade noch nicht. Dauert noch ein kleines bisschen. Wirklich. Kritische Treffer. Natürlich. Wo will ich denn auf einmal so schnell? Komisch. Ding! Ich bin ein neues Level. Oh! Ich würde da eigentlich schon... Ähm, erstmal ein neuer Punkt. Ja, ich würde mal schnell die Waffe wechseln. Dann wollen wir mal der Fahrverbrechen. Komm. Ich erhöhte den Waffenschein. Boah, Level 11 Waff habe ich auch schon, alter Schwede. Ach ja, ich... Mir fällt gerade das eine. Ich werde jetzt mal die Stamate nutzen. Nice, Konfetti. Die Sachen, die ich jetzt dabei hatte, nicht wirklich... So habe ich nicht. So habe ich schon viel bessere Sachen. Krit. Alter. Oh, was sagt ich. Da braucht man ein bisschen aufladen. Mach euch. ich brauche kein sauerstoff darum die runden punkte die riechen nicht nach spaß auch egal ich habe eine spannung für euch ich hole dich da runter du sieh dem los hier Oh 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 jetzt Nein Ja den sollten wir schaffen Aua Ja locker 32 stück vor den monddingern Natürlich Jetzt Das ist so ach ja zentos sicher ach du bist schon wieder am looten was haben wir denn hier schönes ne pump kann ja gut dann sind immer schön näher was sieht nach ungefähr das was man vielleicht fahren kann 33 34 34 das hast du jetzt schon wieder gefunden nein hallo große kisten sicher das würdest du nicht im minuten ich habe gesagt doch nur gerade ich will so eine smg haben sie also von mg das ist nicht wirklich toll ist das bei ist das denn das ist ein feiner sniper so eine anpassung habe ich bekommen kann ich durchgehen das war lage checken das ist mal lage checken das ist das ist das ist das ist erst mal hier rein dass man luft einsammeln damit kritz zu landen das ist so heftig und stein jetzt ist er weggegangen und das sind co2 bin ich voll weiß ich nicht dein mitbewohner hi jungs gibt gas vor der frisst jetzt wieder granaten der typ mit der waffe erltert geht das erne ich fressen zu viel schaden deswegen ich brauche eine neue munition jetzt nein monstein er damit 36 stück